Hallo Leute draußen, hier ist der einsame Wanderer. Ich habe noch einen sehr interessanten Artikel, das werdet ihr auch in der Mainstream-Presse wahrscheinlich nicht sehen. Was ist denn da in Frankreich los? Frankreich Ex-Premier bekennt, es gibt anti-weißen Rassismus. Quatsch! Verschwörungstheorie, wie kann er das sagen? Das ist bestimmt voll die rechte Sau, oder? Gibt's doch gar nicht. Es gibt keinen anti-weißen Rassismus. Das ist definitiv schon nicht möglich, weil wir ja die Bösen sind, das ist wirklich so. Und es ist definitiv gar nicht möglich, dass die Mehrheitsgesellschaft irgendwie unter Rassismus leidet. Nur die Minderheiten können rassistisch belangt werden, bei Deutschen geht das nicht. Das liegt auch allein daran, dass du gegen Deutsche zum Beispiel nicht rassistisch sein kannst, als Teilmenge der Weißen, weil ja Deutsche gar nicht identifizierbar sind als Volk. Das hat uns ja damals Frau Össergus so schön gesagt. Deshalb darf man uns ja übrigens auch Köterrasse nennen. Ich erinnere dran, man darf uns Köterrasse nennen, weil Deutsch ist nicht identifizierbar als Volksgruppe quasi, so ungefähr, und deshalb darf man uns Köterrasse nennen. Wisst ihr vielleicht alles nicht? Habe ich darüber berichtet, die letzten Jahre, mir ist sowas noch im Kopf. Sollte man aber immer wissen, wie weit es bei uns schon lange ist. Wem man spät zustimmt, der hat vermutlich schon lange Recht gehabt. Der ehemalige Premierminister Frankreichs ist eigentlich ein Politiker der braven Mitte. Diese rechten Auswüchse in der Mitte der Gesellschaft, da haben wir es wieder. Auch in Frankreich also. Doch in einem aktuellen Interview klingt er plötzlich verdächtigt nach Le Pen. Paris. Der ehemalige französische Premierminister und Bürgermeister von Le Havre, Édouard Philippe, bla 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 bla, irgendwo ist er gewesen, ist mir egal, hat das Vorhandensein eines neuartigen anti-weißen Rassismus in Frankreich beklagt. Ich sage nur Crepol. Dazu mal ein Video gucken, wenn ihr nicht wisst, wovon ich rede. Im Zusammenhang mit einer Gewalttat, ach ja, wieder in Crepol, da haben wir es, müsste man sagen, was man sehe, betont der Politiker. Im Interview mit der französischen Zeitung Journal des Dumas. Dieser Rassismus sei verwerft und müsse ebenso entschieden bekämpft werden, wie der Antisemitismus oder Feindseligkeiten gegenüber Schwarzen. Ich möchte nochmal dazu sagen, dass die Leute da hingegangen sind und haben gesagt, wir wollen Weiße töten. Wenn das kein anti-weißer Rassismus ist, weiß ich auch nicht. Aber Video angucken. Wenn ihr das noch nicht mitbekommen habt, ist ein wichtiges Video. Guckt nach. Ich habe da mehrere Sachen zu Crepol. Einfach mit dem Hashtag bei mir gucken. Er befürchtete eine islamistische Bewegung, die das Gleichgewicht der Laizität Frankreichs infrage stelle. Also der Teilung von quasi Kirche und Staat sozusagen. Es gäbe eine zweifelhafte Lesart des Islams, gegen die man kämpfen müsse. Ich weiß allerdings, dass die Mehrheit der Mosleisten Frankreichs eine Praxis des Islams hat, die mit der Republik vollkommen vereinbar ist, zeigte sich der Politiker überzeugt. Da bin ich nicht so überzeugt, aber ja, egal. Extreme Weichheit zugunsten migrantischer Überflutung. Zuvor hatte Philipp einen neuen Gesetzesentwurf der Macron-Regierung unterzeichnet, der gezielt Fachkräfte ins Land holen sollte. Ich würde niemals einen Gesetzesentwurf unterschreiben, der einen Ansturm auf unser Land befeuern würde, äußerte der Republikaner. Es sei daher wichtig, Quotenregulierungen einzuführen. Der Rassemblement National hatte sich gegen den Vorwurf ausgesprochen und ihn damit verhindert. Er sei ein Gesetz von extremer Weichheit und zugunsten migrantischer Überflutung, erklärte der RN-Abgeordnete Jean-Philippe Tanguy. Die Regierung muss akzeptieren, dass sie in der Minderheit ist und echte Kompromisse oder Programmänderungen akzeptieren, führte der Politiker weiter aus. Yves-Philippe war von 2017 bis 2020 französischer Premierminister unter der Macron-Regierung. Von 2010 bis 2017 war er Bürgermeister in der nordfranzösischen Stadt Le Havre und ist seit Juli 2020 es wieder. Wer so lange in der Politik ist, hat leider, es muss man sagen, höchstwahrscheinlich auch dafür mitgesorgt, dass es um Frankreich so steht, wie es um Frankreich steht. Und ihr erinnert euch ja auch, Frankreich hat gebrannt, nicht das erste Mal, und das wird auch wieder passieren. Und irgendwann hört es sich mehr auf zu brennen. Ja, und irgendwann gibt es noch kleine Genozide an Weißen. Und das kann ich euch, sag ich mal, prognostizieren. Tja, noch ein paar Kommentare sind ja ganz nett. Ich nehme nur noch mal den ersten, ja. Mehr muss ich nicht haben, weil das auf mein allererstes Video eingeht, das ich 2018 gemacht habe, nämlich den Migrationspakt. Das war mein allererstes Video. Wenn euch das heute anhört, macht mal die Zeitreise, guckt es euch an. Ja, ist fünf Jahre alt und dann überlegt mal, was davon alles passt, was ich gesagt habe. Ich bin gespannt. Na, wer hätte das gedacht? Kommentar 1 hier von Bernd Schmieder. Der UN-Migrationspakt fordert in seinem Punkt 13 die 23 Ziele für eine sichere, geordnete und reguläre Migration. Drittens, Freiheitserziehung bei Migranten nur als letztes Mittel und Bemühung um Alternativen. Ja, das hatten wir übrigens bei uns, ne. Erinnert ihr euch daran an die Richterin, die den Typen, der die Oma fast erwirkt hat, hat laufen lassen, damit er danach eine Frau vergewaltigen kann? Wisst du das noch? Das ist gar nicht lange her. Da ist es, ne. Der Migrationspakt. Erinnert euch daran, was ich gesagt habe. Da steckt alles drin. Die Leute wissen es nur nicht. Das an sich ist schon falsch, weil er Bevölkerungsgruppen vorzugt. Aber leider wird von Gerichten in einigen Ländern diese Besserstellung auch für illegale Einwanderer angewendet. Die nun sehen sich im Recht, was bei einfach strukturekten Geistern verständlich ist. Sie werden nicht bestraft, besser gestellt und sehen sich plötzlich einer Köterrasse gegenüber, die sie bekämpfen können. Egal ob in Frankreich oder Deutschland. Das hat kaum etwas mit den vergangenen Zeiten zu tun, was gerne als Erklärung herangezogen wird. Ja, sehr schön. Das war es von mir. Teilt bitte den Artikel. Informiert die Leute um uns herum. Die müssen das wissen. Bitte, bitte, bitte Abo dalassen bei mir gleich. Zack, mich pushen bitte. Pushen, pushen, pushen. Ich bin auf Twitter im Augenblick gesperrt. Haut bitte raus alles. Teilt meine Artikel, dass ich ein bisschen in Fahrt komme. Ich möchte wachsen und ich finde, ich habe es verdient. So. Schöne Weihnachten euch und auf bald. Ich habe es verdient.